So meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Cesar 4, da sind wir wieder, wir sind wieder hier in dem Spiel und natürlich in Ephesus immer noch und haben eine sehr sehr knackige Wertung zu erreichen, nämlich 100 in Kultur, Wohlstand glaube ich 75, ansehen, ja, kriegen wir sowieso hin, da will ich gar nicht erst gucken und Sicherheit gerade mal 25. Also wir sind gut dran, sind vielleicht noch nicht ganz so weit, wie wir es gerne wollen, würden, könnten, wie auch immer und müssen noch einige Equities bauen, um überhaupt unsere, also Domus bauen, um überhaupt unsere Wertung so hoch treiben zu können, denn wir brauchen ganz viele Arbeitskräfte im Unterhaltungssektor, im ärztlichen Sektor, im Bildungssektor vor allem auch und das kann noch eine Weile dauern. Und ohne die Equities kriegen wir das nicht hin, wir werden uns jetzt also den Equities widmen, werden jetzt in der Pause, weil wir haben ja Pause gedrückt, auch eine Mauer rund um unsere Stadtzimmern, mit 23.000 Denari wird das wohl einigermaßen funktionieren, zumindest hoffe ich das. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das eigentlich hier mitmache. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Stadttor. Nun bin ich immer gespannt. Ach, guck mal. Da gibt es richtig eine Röhre, die denn so durch... Oh, geil. Das ist richtig nice gemacht, das freut mich total. Hammer. So, dann ziehen wir die Mauer mal drüber, über alles, was wir hier finden können. Ah, da ist eine Goldmine, ich glaube, die brauche ich. Möchte ich gerne mit drin haben in unserem Gebiet. Und auch die nehmen wir noch mit rein. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Plebea dann loswerde. Muss an eine Befestigung angrenzen, das wird es gleich. Mal gucken, ob das da durchgeht. Ne, nicht ganz. Aber ich glaube, der Stein ist nicht schlimm, oder? Ah, zur Not muss ich es noch weiter rumbauen, ist nicht schlimm. Ist alles okay. Dann ziehen wir die Mauer hoch. Erst mal hier entlang. Vielleicht brauchen wir den Platz noch für Equities. Ja, und wir haben gerade mal 5000 ausgegeben und schon die Hälfte der Stadt eingezäunt. Und das ist okay. So, auch noch Platz für Plebea lassen. So. Dann einmal die Straße verlängern. Und ein Stadttor hinzufügen. Sehr schön. Mauer. Und dann geht es weiter. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Ich könnte den Spruch immer wieder rausholen. Er war so geil damals. So. Dann haben wir das jetzt soweit drin. Und dann müssen wir noch die andere Seite zuklemmen. Auf geht's. Jetzt weiß ich nicht, wo sind Bäume zwischen, wo nicht. Theoretisch müsste ich hier mal eine Schlaufe durchziehen. Weg mit den Bäumen. Braucht eh kein Mensch. Frische Luft. Frische Luft. Ihhh. Geht gar nicht. So. Mauer weiter setzen. Und ich will die Farmen gerne drin behalten. Das heißt, wir setzen die Mauer hinten rum. So. Schön. Weiter. Mauer. Wir haben noch 13.000. Haben es dann also fast geschafft. Was das Geld angeht, haben wir es fast ausgegeben. Juhu. Im Geld ausgeben war ich schon immer super. Also wenn ich sonst nichts kann, aber das kann ich. 12.000 haben wir. Och, klar. Kriegen wir hin. So schön. Einmal runter. Okay. Und damit müssten sich eigentlich unsere Equities jetzt weiterentwickeln. Und dann können wir endlich ein Hypodrom bauen. Worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Wir werden sehen, ob sich die Equities freuen. Entwickelt sich mit Stadtmauern. Also ist irgendwo irgendwas noch nicht ganz dicht. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Wahrscheinlich haut das hier unten nicht hin. Obwohl es ja heißt, Mauern können an unwegsamen Gelände, müssen die nicht zusammen gehen. Okay. Marmor ausliefern. Ach, klappt. Sehr schön. Und freut ihr euch jetzt? Entwickelt sich mit Luxuswaren. Entwicklung. Na also. Seht ihr. Wir haben es geschafft. War wirklich dieses kleine Stück, was uns noch gefehlt hat. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben es geschafft. Und dementsprechend können wir jetzt darauf bauen, dass wir weitere Equities bekommen. Und ein Hypodrom errichten. Oder auch einen Zirkus genannt. Ah, ich will das nicht ganz so nah an den anderen bauen. Können wir das nicht hier so hin? Sind so viele Steine im Weg. Die Mauer ist im Weg. Ne, die muss ich nochmal anders setzen. Einmal bitte alles weg. Eine neue Mauer. Von oben runterziehen. Und rüber. So ist schön. Das müsste klappen. Und dann Zirkus. Da ist er. Der Zirkus. Wir haben ihn. Ab jetzt ist alles gut. Ab jetzt haben wir so viel Kultur, wie wir nie zuvor gebraucht haben. Und bauen dementsprechend auch einen Ingenieur-Posten hin. Extra für den Zirkus. Sowie ein Präfekturbüro. Wagenlenker haben wir schon. Mal sehen, was die Kulturwertung jetzt zu sagen hat. Sie geht hoch. Aber um sie auf 100 zu bringen, brauchen wir noch weitaus mehr Equities. Die Entwicklung für die hier hat definitiv schon mal ausgereicht. Das ist super. Und wir sollten Möbel reinholen und Schmuck nicht mehr verkaufen. Den Schmuck brauchen wir für unsere Equities. Wo ist der Schmuckhändler? Du bist es nicht. Du bist es. So. Kein Verkauf mehr. Ich brauche den Schmuck. In Massen. Und dann werden wir auch Möbel holen, damit sie dann drei Luxusgüter definitiv haben. Was ist eigentlich mit Möbeln? Ich dachte, ich stelle welche her. Pause. Warte mal. Da ist die Kleidung. Das sind alles Bekleidungsfabriker. Jede Menge Bekleidungsfabriker. Das ist die Besteckfabriker. Olivenölfabriker. Schmuckfabriker. Rüstungsfabriker. Weitere Schmuckfabriker. Waffenfabriker. Essen und Waffen. Beziehungsweise Leute zum Kämpfen. Ich habe keine Möbelfabriker. Kann das sein? Nein, ich hatte extra welche gebaut. Das weiß ich noch. Oder war das in einer anderen Mission? Dass sich die Missionen jetzt schon durcheinander bringen. Nee. Ernsthaft? Verdammt. Okay, wenn das so ist. Dann bitteschön. Bauen wir hier eben unser Möbelimperium. Passen die nicht hier schon hin? Wahrscheinlich nicht, oder? Möbelfabrika. Da. Nee, passt nicht. Passt ganz knapp nicht. Das einzige, was man machen könnte, ist ein Aqueduct von dort nach... nach da ziehen. Ah, jetzt. Okay. Und das Aqueduct hier abzureißen. So, dann können wir den Weg auch noch wegnehmen. Und ziehen den so runter. Und dann brauchen wir Möbelfabrika. Und dementsprechend natürlich auch einen weiteren Holzfäller mindestens. Komm schon, Holzfällerlager. Wo stelle ich den noch hin? Da sind schon mal zwei. Dann stellen wir den hier noch mit hin. Und wir brauchen noch ein Lagerhaus. Hier vorne. Einmal für Möbel und einmal für... Genau, für... So, für Möbel. Befehle bitte nur Möbel annehmen. Und ein Lagerhaus. Lagerhaus, 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 Lagerhaus. Da. Das bitte nur Holz annimmt. Denn Holz ist auch überall gebraucht. Wird auch überall gebraucht. Befehle. Nur Holz. Nutzholz. Sehr schön. Straße runterziehen. Damit das alles miteinander verbunden ist. Und den Weg hier reißen wir mal mit ab. Sehr schön. So, und dann dürfen wir gespannt sein. Wenn wir dann jetzt auch unsere dritte Luxusware an den Mann bringen, müsste das eigentlich aufwärts gehen. Nicht nur mit den Equities, sondern eben auch bei allen anderen, die Luxuswaren benötigen. Wir haben so oder so, wenn ich das jetzt richtig überblicke, nur einen einzigen Luxuswarenmarkt. Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Da müssen mehr ran. Aber wir haben jetzt schon mal mehr Equities. Und wenn wir die so anklicken, haben sie sogar genügend Arbeitsplätze. Das ist schön, obwohl 99 Equities dort arbeiten. Unsere Kulturwertung ist mittlerweile auf 44. Der Zirkus hat einiges hochgetrieben, von 37 auf 44. Und es geht uns wirklich nur noch um das Produzieren und das kulturelle Ensemble. So, die Guten haben schon mal Holz. Wir können jetzt Möbel herstellen. Die Möbel können gleich am Luxusmarkt verkauft werden. Wir verkaufen keinen Schmuck mehr. Das macht mir ehrlich gesagt Sorge. Ich würde lieber noch ein bisschen Schmuck verkaufen. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Dann bauen wir hier ein paar Plätze hin. Dann haben die Equities das noch ein bisschen hübscher. Und wir bauen noch eine weitere Schmuckfabrika hier vorne. Mach's Wohlwollen ist auch wieder mit am Start. Alles ist gut. So, die entwickeln sich mit weiteren Luxuswaren. Manche werden jetzt drei Luxuswaren haben. Dementsprechend niemals aus allem rausgehen können. Wir haben Schmuck im Markt. Wir haben Möbel im Markt. Alle entwickeln sich. Wir bekommen immer mehr Equities. Die Equities können für uns arbeiten. Was ist mit euch? Ihr entwickelt euch nur mit Religion. Dann kriegt ihr Religion. Kann ich hier ein Kolosseum hinklatschen? Dann mache ich das doch gleich. Bitte schön. So, Religion. Ja, dressierte Tiere müssen rein oder eben Gladiator. Theoretisch haben wir alles vorhanden, oder? Okay, aber der Zirkus, der bringt alles schon mal auf den perfekten Status. Perfekt ist immer gut. Hier entwickeln sich noch einige Equities. Können dementsprechend auch noch mehr Waren einlagern. Manche haben ja jetzt schon drei Waren. Dass die nicht grün angezeigt werden, ist eigentlich komisch. Aber guck mal, die Patrizier sind super glücklich. Die freuen sich sehr. Die zahlen jetzt gerne Steuern. Und das ist gut so. Das ist genau das, was ich sehen wollte. So, die wollen jetzt hier noch Religion haben. Und die wollen langsam exotische Waren bekommen. Aber die exotischen Waren, die werden noch eine Weile brauchen, bis wir die hinbauen. Beziehungsweise auch einkaufen. Obwohl wir einen Teil, glaube ich, sogar schon eingekauft haben, richtig? Da kommt Schmuck rein. Hier, Bernstein und Honig kann da rein. Bernstein und Honig. Genau, die wollte ich, glaube ich, gerade importieren. Wir haben ja die Kohle im Moment. Die Soldaten weigern sich zu kämpfen, solange die Moral sich nicht bessert. Ah, die haben kein Essen mehr. Verdammt. Ich habe völlig vergessen, ein Stadttor hier reinzubauen. Das machen wir mal gleich. Ah, ist kein Wunder. So, Stadttor. Mauer. Okay. Dann machen wir hier unten noch eine Kantine hin und dann ist alles gut. Obwohl die ja eigentlich hier die Kantine haben, ne? Ja. Gut, brauche ich nicht machen. Aber der braucht jetzt wenigstens nicht mehr den weiten Weg einmal so rum oder so rum zu laufen, sondern kann hier gleich durch. Da ist es schon wesentlich angenehmer. Sorry dafür. Tut mir leid. Nicht dran gedacht. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Leute und dementsprechend 80 Arbeitslose können also ein Odeum bauen. Wir haben hier ein Odeum. Wir haben hier unten kein Odeum. Das müssen wir ändern. Marmor wird benötigt. Jo, werden wir gleich zusammen haben. Alle laufen sie ins Odeum. Ihr entwickelt euch weiter mit Religion. Bauen wir hier jetzt noch eine Schreinpartie hin. Mars-Schrein. Mars-Schrein. Mehr Kurs-Schrein. Ceres-Schrein. Warte mal. Machen wir hier auch gleich noch eine Straße hoch. Und Bacchus-Schrein. So, besser geht's nicht. Alle haben sie ihre Arbeitsplätze jetzt besetzt. Es fehlen irgendwo Leute. Wir könnten trotzdem noch ein paar Equities gebrauchen, um eben sämtliche Arbeitsplätze abzudecken. 53% in Kultur. Das sieht schon gut aus. Unser Unterhaltungsprogramm ist für einige Einwanderer bestimmt sehr anziehend, aber es könnte noch besser sein. Ja, das bedeutet, wir müssen noch mehr Odeen hinstellen. Noch eine weitere Arena. Noch ein weiteres Kolosseum. Aber Zirkus ist schon perfekt. So, Unterhaltung. Zeig mal. Gesamtunterhaltung ist überall hervorragend. Auch wenn die hier irgendwie nicht angezeigt werden. Mach mal Kolosseum. Okay, das Kolosseum geht überall hin. Bis nach da vorne. Und dann ist Schluss. Theoretisch müsste ich hier also noch für Unterhaltung sorgen. Odeum. Das Odeum kommt nicht bis nach oben. Das heißt, da muss definitiv eins hin. Aber wie? Wie am schlauesten. So. So. So.